Was hab ich nur auf dieses Ding getan? Ketchup oder Senf? Ja, eindeutig Ketchup. Eilmeldung! Das legendäre Monster Truck Rennen findet dieses Mal in Hot Wheels City statt. Ich berichte live für Sie aus Hot Wheels City. Oh, das ist eine Menge Schlamm. Ganz schön schlammig hier. Der B-A-Bomber! Big Fuss! Und Demo-Turby! Der Bone Shaker! Tiger Shark! Macht euch bereit für das große Hot Wheels Monster Truck Live Rennen. Hot Wheels! We're gonna shake the crowd and make it loud. So let me please bring it up. Hot Wheels! Den Auftakt machen die springenden Monster Trucks. Na, dann zeigt mal, was ihr drauf habt. Was für ein Wettkampf. Der Truck aus Hot Wheels City macht das Rennen. Mit dem nächsten Sprung katapultiert sich Tiger Shark an die Spitze der Rangliste. Oh, was war das denn? Sieht aus, als hätte es Tiger Shark schwer erwischt. Damit ist er raus aus dem Rennen. Und Tier Clear schiebt sich auf den ersten Platz. Jetzt folgt das große Finale zwischen Steer Clear und Bone Shaker. Bevor sie sich gegenseitig überholen können, müssen sie erstmal an den Reifen des Schreckens vorbei. Danach durch die einstürzenden Autotürme. Dann geht's weiter durch die ganze Stadt. Vorbei an den brandgefährlichen Pendelmotoren, um schließlich alles mit einem sensationellen Dreisprung zu krönen. Steer Clear gegen Bone Shaker. Auf die Plätze, fertig, los! Sie sind gestartet. Bei den Reifen liegen sie noch Kopf an Kopf. Wow, sie rasen durch die einstürzenden Autotürme. Die Trucks drehen voll durch. Steer Clear zieht an Bone Shaker vorbei. Fliegt über die Rampe und übernimmt ganz klar die Führung. Was für ein Rennen. Das hat Chase allerdings vom Kurs abgebracht. Aber Sekunde, er rappelt sich wieder hoch. Das ist unglaublich. Steer Clear ist wieder in Führung. Aber er scheitert leider kläglich am Wall-Ride. Jetzt fehlt nur noch ein allerletzter Sprung. Und Bone Shaker hat gewonnen. Wow, was für ein fantastisches Monster Truck Rennen. Hey Mann, das ist doch nicht dein Ernst. Und ob, mein voller Ernst. Du solltest deine Karre besser mal wieder tunen lassen, Bruder. Das ist doch der perfekte Zeitpunkt, meinen neuesten Dino auf die Stadt loszulassen. Okay, und schon kann's weitergehen. Oh, der scheint echt freundlich zu sein. Hilfe! Hilfe! Oh Mist, Elliot steckt in Schwierigkeiten. Hilfe! Sheriff, wir brauchen hier ein bisschen Unterstützung. Glauben Sie wirklich, dass das funktioniert, Sheriff? Darauf verwette ich meine gesamte Einheit. Und das war sie, meine gesamte Einheit. Das war sie. Das war sie, meine gesamte Einheit. Dino fällt! Bei der Arbeit wird nicht geschlafen. Wache auf! Ein kleiner Ausflug in die Werkstatt und die sind wieder fit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017